ARD Text im Auftrag von Funk So, wie kommen wir da jetzt durch? Hier geht auch nichts, ne? Mit dem da, warte mal. Vielleicht drück der was raus jetzt. Ah, wo führt die Trippe hin, wie wär's mit etwas ne? Ha? Habt ihr gesehen, den Mann, den ich inrufe? Er agiert, als ob ich weiß, wer der hell er war. Ah, ja, ich weiß ihn. Er arbeitet für Damon. Damon Merrick? Ich sehe, du hast ihn gehört. Das ist sein Platz. Damon ist ein Freund meiner. Okay. So, und jetzt rück ein bisschen Gras raus, du. Ah, hier kommt's. Never mind, Ben. Ah, suit yourself. Er will nicht. Hm. Kann ich jetzt diese Treppe eigentlich rauf? Komm weg da. Ah, jetzt geht's. Die Megatreppe überhaupt, tja? Natürlich jeden, der da rauf geht. Krieg war, war's! Ja, du hast es gelassen! Dann bekommst du es. Ich kann's um sie okay. Warte, Mann, gar nicht. Und er gibt es da oben. Oh, die gibt's ist da oben. Oh, kriegt Besuch. Be more careful, it's a rough place. I don't like your attitude. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butt hurt over a spilled beer. I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You want to see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Bisschen pisst der Typ. Hey! Dickhead! In die Fresse! Genau, so geht des. Hier. He's so stupid. Let me go, Frank. Not gonna happen. Hör auf! Komm schon, Mann! Geh weg! Geh weg! Scheiße! Das ist das! Geh weg weg! Das hat die Hälfte geklappt. So Leute, wenn ihr euch fragt, warum ich keinen Sound habe, weil YouTube ein rechter Kindergarten ist. Und da muss man die Musik raus, ansonsten gibt es rechte Kindergarten Stress. Mal schauen, wie nüchtern der ist. Scheint er der nächste Tag zu sein. Geiler Finger. Läuft! Ich würde sagen, in der Bude muss man mal aufräumen. Wie sieht der aus mit dem Saustall? Jungs, in der Bude muss man mal aufhören? Und da nächsteě nach der Bude muss man mal aufhören und ganz, weil es bei der Bude muss man sein. Bekleinigte die Bude muss man mal aufhören. Das ist ja auch kein Geis. Bekleinigte das Haus. Aber heute bin ich nicht so viel, ab. Aber jetzt ist der Bude. Bitte gehen Sie in eine Ehre. Dann bist du mal aufhören. Amen. Das ist wichtig. sogar wenn sie nicht gelesenen Letzter schreiben an Freunde, die dich vergessen haben. Was ist das, Nutty? Was ist das, Nutty? Skiwi-Assholes... ...die... ...GIRL... ...was das wirklich Rachel Amber? Sie riechen wie Zigaretten und Bier. Better change clothes. Weiß Noten hat die. Merke ich schon. Ja. Ja, niemand muss das sehen. Danke. Sollte. Ich würde mir denken, dass mein Humor verbessert mit der Zeit. Ich bin perfekt in der Zeit. Ich bin perfekt in der Zeit. Ich bin perfekt in der Zeit. Ich bin ohne dich, du weißt. Das war wirklich Rachel Amber. Und sie hat mein Leben saved. Wie war die letzte Nacht sogar real? Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I tra- Wait, what? Who? What photo? Ich bin perfekt in der Zeit. Ich habe Gefühle über das. Ich habe Gefühle über das. Die meisten Gefühle sind nicht gute Gefühle. Bask, ihr mortals, in der Licht der Glow-Bear. Das war so stolz von mir, für gewinnen die dumme Science Fair. Ich könnte das Ding hier. Ich habe mir gedacht, dass ich ein Unicorn schreibe. Ich habe mir gedacht, dass ich ein Unicorn schreibe als Kind. Aber dann alle Unicorns sterben. Keine Unicorns mehr, keine Prinzessinnen mehr, und keine mehr fucking Rainbows. Words of wisdom. Don't fail me now. Just ask Steve Jobs. 99% LSD. Geile Sache. So, haben wir da was abzustauben? Max hat mir dieses Mixed CD Jahre vor. Und weil es Max war, nicht nur ein Song war piratet. As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk last night. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation, that I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation, that doubles as a middle finger to authority. It's the only mode of transportation. 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 I bet long, Max silver traded her hat for beer and booty long ago. mr hyphy what the fun fact shark babies eat their siblings in the womb shit where's my phone it's not here how drunk was i last night mule guess i better try calling my phone with moms ja das müssen wir auch in den okay mom phone is probably in a room i can use it to call mine then figure out where the hell i left it so 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 i think mom's phone is in her bedroom so dann gucken wir mal was wir da noch haben ein bild kann man das sehen nö kann ich nur angucken wer gesagt du kannst wieder nach Hause gehen war wahrscheinlich von arcadia bay und er könnte wieder nach Hause gehen wenn er einfach nicht wollte so schauen wir sie mal um das ist nö da ist ein Haus wo ist sie eigentlich ihre phone vielleicht auf ihrem nightstand mom ist sie schreit um ihre größe Haare zu impressen ihren damal vielleicht größe Haare ist seine Kryptonite vielleicht sollte ich meine Haare größe aber die nachher nachher bin nicht fern co nicht zwei in Liebe in ich BLECH! So, aufmachen da unten mal. Mal schauen, was da ist. Macht die Bette wieder. Macht sie es normal nicht, oder was? Oh, da haben wir ein Handy. Sehr schön. Wie kann Mom sehen das jeden Tag und nicht sehen, wie ein Tool sie ist? Ich habe das Gefühl, dass mein Telefon ist definitiv nebenbei. Kann ruhig nur ein bissl klingeln. Kann mich nur ein bissl um hier. Tja, Fotos in Schublade nix gut. So, was haben wir denn hier? Einen Ring. So, gehen wir mal auf Händesuche. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018